Mit einem starken Infrarotlaserkontakt zur außerirdischen Lebensform aufnehmen? Diese Idee kommt vom renommierten Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Demnach könnten wir mit unseren technischen Möglichkeiten schon in wenigen Jahren solch einen Laser bauen, dessen Leuchtsignal man noch in einer Entfernung von 28.000 Lichtjahren entdecken könnte. Das Forschungsteam schreibt, dass sich damit sogar eine Botschaft in eine Art Morsecode senden ließe. Wie stark müsste solch ein Laser sein und wie genau könnte die Kommunikation mit außerirdischem Leben ablaufen? Und ist es Chance oder Gefahr? Click zum Science & Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Dass da draußen im Weltall weiteres Leben existiert, davon sind viele Forschungsteams felsenfest überzeugt. Doch wie können wir es aufspüren? Wie können wir mit möglichen außerirdischen Kontakt aufnehmen? Und könnten sie uns vielleicht sogar den Weg zu lebensfreundlichen Planeten ebnen? Ein Team vom MIT hat jetzt einen neuen Vorschlag gemacht, wie wir Menschen Außerirdische auf uns aufmerksam machen könnten. Und zwar mit Hilfe eines künstlichen Leuchtsignals. Ganz konkret könnte dies mit einem Infrarotlaser möglich sein. Ein sehr starker Laser mit einer Leistung von 2 Megawatt wäre dafür notwendig und zudem auch ein mindestens 30 bis 45 Meter großes Teleskop. Dies würde dafür sorgen, dass der Infrarotlaser scharf gebündelt ins All leuchten könnte. Beides wäre nach Ansicht des Forschungsteams technologisch gesehen schon jetzt bzw. in sehr naher Zukunft möglich. Dazu einer der Studienautoren, James Clark, es wäre ein herausforderndes Projekt, aber kein unmögliches. Im besten Fall könnte das Signal dann noch in einer Entfernung von bis zu 20.000 Lichtjahren nachzuweisen sein. Das sind ganze 80 Prozent der Strecke bis zum Zentrum der Milchstraße. Die größte Herausforderung sei es bei dem Projekt, die Sonne zu überstrahlen und dies ist natürlich nur mit einem unheimlich starken Laser umzusetzen. Den MIT-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schwebt deswegen ein Laser vor, der etwa eine Milliarde Mal stärker ist als gewöhnliche Laserpointer. Wow! Dem Plan zufolge müsste dieser am besten auf einem Berg gebaut werden, denn somit könnte verhindert werden, dass das Signal auf seinem Weg in der Atmosphäre verzerrt wird. Doch klar ist auch, Objekte im Erdorbit wie Satelliten wären durch solch einen starken Laserstrahl gefährdet. Das Forschungsteam hatte deswegen auch schon die Idee, die Rückseite des Mondes als Standort für dieses Projekt auszuwählen. Und es geht noch weiter, denn mit dem Laser könnten wir Menschen ja nicht nur durch das starke Leuchtsignal auf uns aufmerksam machen, sondern sogar kommunizieren. Dem MIT-Team zufolge wären Botschaften aus einigen Dutzend Zeichen möglich, die pro Sekunde Lichtjahre weit ins All getragen werden könnten. Dazu Clark, wenn wir eine Verbindung mit Nachbarn einrichten könnten, könnten wir eine Botschaft morsen, die in einigen Jahren dort ankommen könnte. Klar ist aber auch, je weiter die andere bisher noch unbekannte Zivilisation entfernt ist, desto langwieriger würde die Kommunikation natürlich werden. Seit einigen Jahren müssten wir uns auf der Erde gedulden, bis eine Antwort eintreffen würde, die direkt vom nächsten Nachbarstern der Sonne namens Proxima Centauri an uns gerichtet würde. Proxima Centauri ist vier Lichtjahre entfernt, unglaublich lange. Tausend Jahre würde es dagegen dauern, bis uns eine Antwort einer außerirdischen Zivilisation erreichen würde, die in einer Entfernung von 500 Lichtjahren existiert. Doch bereits laufende bzw. umgesetzte Projekte zeigen, dass die Idee technisch gesehen tatsächlich gar nicht so unrealistisch ist. Beispielsweise hatte die amerikanische Luftwaffe schon einmal einen Megawatt-Laser an den Start gebracht. Der sollte ursprünglich dazu dienen, den Luftraum zu schützen und Raketen vom Himmel zu schießen. Aber keine Sorge, der ist mittlerweile stillgelegt. Und auch der Bau eines sehr großen Teleskops liegt durchaus im Machbaren. Das zeigt das Beispiel der europäischen Südsternwarte ESO, die in Chile derzeit ein Teleskop baut. Der geplante Durchmesser beträgt 39 Meter. Dazu Clark. Grundsätzlich war das eine Machbarkeitsstudie. Ob es eine gute Idee ist oder nicht, ist Diskussionsstoff für künftige Arbeiten. Stephen Hawking jedenfalls hatte dazu eine ganz klare Meinung. Er riet von einer Kontaktaufnahme mit Aliens ab. Seiner Meinung nach könnte dies dazu führen, dass sie überhaupt auf uns aufmerksam werden und uns dann zerstören. Außerirdische Megazivilisationen finden, so könnte es gehen. Draufklicken auf dieses Video anschauen und Neugehzone abonnieren. Bis dann, bleibt dran!